Wir haben in den sozialen Netzwerken so eine alte Regel, die heißt 1,99. Von 100 Leuten gibt es einen, der aktiv mitmacht. Man kann aber einen Shitstorm durchaus konstruktiv einsetzen. Eigentlich würde ich mir eine Gesellschaft ein kleines bisschen anders wünschen. Dann habe ich es halt gestartet. So war es halt. Das Medium allein macht es nicht. Das Medium allein macht es nicht.